Ich habe mir einen Ball gekauft, den VLS 300. Ich nehme ihn mir und schlage ihn gleich. Es ist ja wie ein Wunder. Er ist ganz sanft und auch sehr weich. Partner wird von Night Guns Live. Stopp! Rühr dich nicht, halt den Ball an. Mach nen Trick, zeige was du kannst, Mann. Hey Girl, wirf den Ball hoch, spiel ihn hoch. Wie oft geht das noch? Lass ihn rollen oder balancieren aus. Das ist deine Bühne, das ist dein Applaus. Auf der du deine Künste zeigst, indem du dein Talent beweist. World in Balance, die Welt im Gleichgewicht. Schau in dein Gesicht und sieh das Licht. World in Balance, die Welt dreht sich nicht ohne dich. Und dich, und dich, und dich. World in Balance, die Welt im Gleichgewicht. Schau in dein Gesicht und sieh das Licht. World in Balance, die Welt dreht sich nicht ohne dich. Und dich, und dich, und dich. Mein Ball, der hat keine Ecken. Keine Ecken hat mein Ball. Und hätte ich erst die Ecken, so wäre es nicht mein Ball. World in Balance, die Welt im Gleichgewicht. Schau in dein Gesicht und sieh das Licht. World in Balance, die Welt dreht sich nicht ohne dich. Und dich, und dich, und dich, und dich. World in Balance, die Welt im Gleichgewicht. Und dich, und dich, und dich. Schau in dein Gesicht und sieh das Licht. World in Balance, die Welt dreht sich nicht ohne dich. Und dich, und dich, und dich. World in Balance. World in Balance. Untertitelung des ZDF, 2020